halloa hier auf Reiküchen oder mit Reiküchen herzlich willkommen auf meinem Berufssekanal und zu einem kleinen Lärmfänge wo ich mit uns sammeln The Friddows Plays Rebooted ist glaube ich keine Ahnung habe ich schon mal gespielt wollte ich nicht vorab noch vielen Dank an meine Unterstützer die hätten mir sehr helfen den Kanal am Leben zu halten ohne euch für das alles nicht machbar vielen Dank so Custom Knight der Schubacher ist extra again natürlich nicht Survival Guide Fridows Chester und Wolf Nober Mask Fridows Chester und Wolf Nober Mask ja Titan Jack könnte Tiger sein und right hold you is your flashlight ah ha ha Gaggy play sound by Gaggy this metal at one tight oh Oh Scheiß, was war das? Ja und jetzt? Ja und wieviel Mal? 20, 20, 20? Backstage Fantasy? Only the new ones, ready? What? Ich check's mal wieder, absolut. Und dann noch? What? Really? Hey, hey, hey. Camera? Play sound? Is here? Oh ha! Really? Really? Generator. Ich hab hier keine Ahnung. Und dann noch Custom Knights. Verstehst, dann bin ich ja sowieso absoluter. Guck, ich geh drinnen. Schade, man kann nur bei ihm hier. No one is coming. Was? Dumm tudi dumm. Frito. Wo? Wo? Nirgends auf Frito. Seatloin. Maske. Play Sound. Dumm ich auch, ja. Er sitzt ja nur da, ne? Schade. Schade. Wo soll ich jetzt? Es kommt ja gar keiner. Gar sch... Schade. Ha! Did you think that sound won't keep me there? Aber ihm muss man was geben machen. Aber he... Aber... Was? 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 Heuhh! Heeeh! 20, 20, 20 habe ich jetzt übertrieben. Aber ich bin ja eh schlecht in Custom-Lights, von dem aus ist es ja gerade egal. Aber können sie aber probieren. Sehen tue ich noch keinen. No. Sehen tue ich noch keinen. No. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Es scheint aber auch keiner zu kommen. Alles in Ordnung. 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 Ich habe gedacht, ich habe da einen gesehen. Ja, da ist meine geliebten Kuchen. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. Alles in Ordnung! Ich habe da ein Tiger-Bär bekommen. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war noch mal los. Es war nicht so. Das 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 war nicht so schlimm. Ich hab gedacht, das ist ein normales Spielchen, verstehst du, und nicht hier die Custom Night. Davon stand nämlich nichts in der Beschreibung, dass das die Custom Night ist. Aber ich hab den Typen auch gar nicht gesehen. Ich hab den Typen auch gar nicht gesehen. No. Fool. Fool. Foolish games. Die Soundspielung geht gar nicht. Ihr seht... ...Aerthrack. Den hängt man ja. Den hängt. No, 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 no. No, no. Man erkennt die halt auch ganz schwer dahinten. Könnte man ja auch ein bisschen deutlicher darstellen. Mh, hm. Hau einfach ab. Oh, der Moment läuft doch noch gut. Der Moment läuft doch noch gut. Nog. 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 I해를 da natürlich auch gut davon kommen. Nog. Game over. Game over. Ja Freunde, das war The Friddows Place Rebooted, glaube ich heißt es. Ihr wisst, Rosti steht mit Custom Leiter auf dem Kriegsfuß, hat sich jetzt aber wieder bewahrheitet. Ich bedanke mich aber trotzdem bei euch fürs Zuschauen und mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rosti-Kanal. Bitte bewertet euch das Video, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Klonkohl, falls ihr noch kein Abo haben solltet. Einmal nur aufs Köpfchen drücken, press the head button, head button, head button, head button, press the button to subscribe. Was sage ich denn halt, ich habe total vergessen, bin ich schon mal eine lebende Spur. Einmal nur aufs Köpfchen drücken. In diesem Sinne, bleibt es gesund, macht es besser, draußen übertreibt es nicht. Ich hoffe, es macht mit meinen Trapplern, drücken, vors Hemmer schreit es schon mal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.